Ja, ähm, oh Gottes Willen, ich muss eben schlafen gehen. Ja, wir haben ein klei- was? Hallo? Danke. Wir haben ein kleines Problem. Hier, war slain by a skeleton und weißer Geier. Wir sollten uns mal eben ein Schwert machen. Nein, wir haben hier noch ein Diamantenschwert. Oh Gott. Oh, wir haben sogar noch unser... Ah, perfekt. Nein, ähm... Soul Frey. Ui, ja, ja, böse aus. Jetzt bräuchten wir schon irgendwas zu essen. Po, na... Nein, ähm... Po... Ich mach mal das hier. Das hier. Und... Die hier. Kurz in den Ofen geschmissen. Ey, das fuckt jetzt richtig... Entschuldigung, aber das ist jetzt richtig nervig. Ich will jetzt sagen, das wird super kacken. Ich muss unbedingt nochmal eine Folge drehen. Die andere ist ca. eine Halbzeit vom Fußballspiel eben her. Und, äh... Das kann doch nicht angehen. Aber wir haben wirklich so geile Sachen. Das wär echt... Aber ich glaub, die Sachen werden ja nicht gelöscht, oder? Moment, ich ess mal kurz hier die... Komm, dann ab geht die Post. Tür ist zu. Alles gut. Wir haben ein kleines bisschen Armor, ein kleines bisschen Essen mit. So dass wir vielleicht nicht mal direkt sterben. Das Gute ist, wir sind ja eigentlich wirklich nicht weit weg. Huch. Ich will nur meine Sachen da wieder haben. Das heißt, wir müssen da ein bisschen absperren. Okay. Der Gas kann mich mal schön kreuzweise... Wir müssen... Wir müssen... Da irgendwie rankommen. Ich hab nur noch Soul Frey drauf. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir unsere Sachen wieder kriegen müssen. Die andere... Vorgegen schon eine halbe Stunde. Da haben wir nichts auf die Reihe bekommen. Weil... Der ist echt ein Weg hier. Könnte... Könnte man mal bei Gelegenheit ausbauen. So, komm. So, weiter geht's. Ich darf hier mal... Ich darf hier mal zwischendurch gucken. Jetzt tut mir leid, dass die letzten paar Minuten und jetzt so relativ langweilig waren. Nur ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. So, Emerald. Hier. Ah, Kobold. Schön und gut. Gut. Ah, super Weg. Ich sehe sie doch schon da, die dreckigen Blazes. Kann ich nicht versuchen. Ich versuche wieder so hinzukommen. Nein. So, so ein Sicherungsblock. Okay, es ist halt... Das sind wir nicht... Oh. Ich finde, da noch unsere Sachen mehr kommen. Ganz ruhig, Freunde. Ganz ruhig. Aua. Aua. Ja, ist klar. Ja, ist klar. So, jetzt Konzentration. Wir haben sogar einen Bogen dabei. Oh. Das war's. Wir packen die halt gar nicht ab. Alter. 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 Ich glaube wir haben alles Wichtige. Ey wir gehen wie auf den Sack. Jetzt nichts wie weg. Huch. Home. Einfach nur noch Home. Ne mit dem gebe ich mich jetzt nicht ab. So da ist die Query. Freunde wir haben es bald geschafft. Ja dieses Gäber der ist zwar stark aber langsam. Vielleicht bauen wir uns da mal ne andere. Nein 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 nein. Geh weg geh weg. Vielleicht mal ne andere. Ähm äh andere Waffe. Aber ich hätte gern mehr Ardite. Aber gut wir können ja leider nicht alles haben. Alter wie viele Monster hier wieder sind ist ja unglaublich. Ich will einfach nur nach Hause. Ich bin traurig. Habe ich den Magma Slime? Ja ein. Ist mir egal. Reicht. Alter Falter. Ja wir haben auf einmal eine Ender Chest. Könnten wir uns bauen. Haben wir hier. Ember Awe. Haben wir hier. Ember. 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 Ardite brauche ich. Davon habe ich heute leider nur zwei. Ja. 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 Rein. Ach. Stress pur Freunde. Jetzt geht ich erstmal mein Inventar lernen. Guck bei der Query und dann war es das für diese Folge. Oh man. Ja ähm wir haben es geschafft auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich gern. Ich weiß nicht. Eigentlich sieht das schon nett aus. Aber ich würde da in der unteren Etage auf jeden Fall einen anderen Block nehmen. Und zwar gibt es hier. einen. La. La. Hier. So ein Laboratorium Block. Der. Sieht halt schon geil aus. Der kann einiges. Ich weiß nicht ob ich den in der unteren Etage bauen soll oder. Hier oben. Hier kann erstmal. Kann hier alles weg. Ja. Yay. Gut. Kobold. Wie viel Arbeit haben wir denn? Zwei. Ja. Das ist halt viel zu wenig. Endermänner könnte ich mal kurz suchen. Ich brauche nur Endermänner. Keine Hexen. Kein gar nichts. Endermänner. Aber ich sehe hier auch gerade keinen. Vielleicht bei unserer Query. Zwei bräuchte. Weil zwei bräuchte. Dann könnte ich mir endlich so ein Safari Netz machen. Mit dem ich dann Endermann fangen könnte. Mit dem ich dann wiederum Autospauner. Und dann hätten wir halt unendlich Enderpearls. Wenn ich das mal mit dem Autospauner geregelt kriege. mit dem Autospauner. Oh ja. Die ist schon gut tief. Oh. Ach. Die hat keine Energie mehr. Oh. Kacke. Ruhevoll. Oder keine Energie. Oh. 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 Ah geil. Eigentlich ist hier. Nicht. Was ist das hier? Tim. Amber. Ein bisschen Kohle. Potion auf Poison und Splash Potion auf Nosea. Auf jeden Fall ein bisschen Eisen, ein bisschen Copper. Ansonsten Limestone. Hier ein paar Drohnen. Ein paar Eier. Uranium. Oh, zwei Schaden Tertus Quartz. Das ist nur Aluminium. Da komm ich mal die Sachen mit hier schon mal. Oh, ne, warte, hey. Wir müssen halt deutlich mehr Kohle fahren. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Glaub ja. Wohl ein paar Minuten haben wir noch. Wir können mal kurz im Neta ein bisschen fahren, wenn ich da jetzt rechtzeitig hinkomme. Aber ich glaub eher nicht. Ja, ähm, an sich ganz gut. Jetzt können wir uns so langsamer um den Auto spawnen. Guck mal, genau. Ich wollte eigentlich, äh, einen Endermann haben. Das war das eigentliche Ziel. Und da, da sind wir auch schon wieder gestorben. Endermann, oh Endermann. Kannst du das nicht ändern, Mann? Hey. So. Ah, das kann eigentlich alles erstmal weg. Obwohl. Ah doch. Doch. Kommt. Alles weg. Hä? Hallo. Ja, ach, ist dunkel. Aha. Haben keinen Strom im Dunkeln. W-was? Slam by a skeleton. Firebolt by blaze. Slam by a spined blaze. Okay. Das hab ich jetzt nicht mitbekommen. Kann ich das jetzt nennen? Sieben Kobold haben wir. Ähm, wo haben wir den Polarizer? Hier. Haben wir eigentlich Furious? Oh, ne. Furious hier. Weil eventuell kriegen wir dann Shiny Metal raus. Und dann können wir uns vielleicht sogar irgendwann mal so nen, ähm, Ding entspauen. Nen, ähm, Tesseract. Mal stürt das mal kurz da rein. Einfach mal um zu gucken, ob wir da was rauskriegen. Ich geh mal ganz kurz in Neter. Ich liebe die Gefahr. Na, jetzt, jetzt sollten wir ja nicht sterben. Obwohl. Aber so ein bisschen Kohle brauchen wir halt wirklich. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen klapös. Ja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen der einzige Ärger. Aber so ein bisschen, der ist was wir, wenn ich einen haben möchte. Geht es einfach mal in Neter. Halt, was haben wir da hinten? Nein, was? Was? Jetpack nicht aufgeladen, ich Idiot. Alter, ich denke mal, ich werde mitten drin gelandet. Ja, ist gut. Ist gut. Ja, ich. Ey, was ist nur los heute? Wo wollte ich jetzt hin? Hier, na, da ist ja nichts. Ich würde jetzt gern schon wieder auf meine Insel zurück. Was ist denn wieder los hier? Mann, ey, ich verstehe es nicht. Irgendwie ist der Wurm drin. Ich will nur ein bisschen farm. Jetpack ist eh leer. Dann bringen wir das eben noch dahin. Komm, ein bisschen geht noch. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da haben wir genügend Kohle auf jeden Fall. Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ein bisschen fehlt noch. Das war, glaub ich, der neue Tipp. Hey, ich hab ja kein Jetpack mehr. Wo ist denn? Von der Hose. Jetzt haben wir noch nicht mal mehr. Jetzt haben wir so ne perverse Spitzhacke, die einfach so durchhackt. Ich will einfach noch nach Hause. Wo? Freunde, der ist echt unglaublich hier. Hier haben wir dann noch ein bisschen Kohle. Kommt nämlich die auf jeden Fall mal mit. So, ich störe das Haushalt irgendwann ein. Was brauchen wir noch mal? Ah, ah, da hat nicht. Da, Polaroid China Metal. So. Das machen wir eben noch. Dann weiß ich, weil ich auf jeden Fall eine extra Folge machen muss. Oh, wir haben sogar ein bisschen extra Kohle. So. Ach, wir hatten mal kurz halt keine Energie mehr. Okay, das ist natürlich... Auf jeden Fall haben wir einen Polaroid China Metal. Dann lade ich meinen Jetpack eben da auf. So, als nächstes steht halt wirklich ein Endermann an. Ich spiel halt nur noch kurz zur Query, lade eben auf. Wie viel Asch haben wir noch? Asch. Gar nichts mehr. So. 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 Fliegen wir mal eben zack zack schnell da hin. So. 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 Vielen Dank.